Geht? Geht schon? Ihr seht schon... Ja Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ihr seht schon, wir sind hier heute nicht im Ziermannspiel Fortnite, sondern wir sind hier im Landeskrankenhaus, heißt das glaube ich, oder? Ich bin mir nicht sicher, also geht lieber nochmal nachschauen. Und wir werden heute den krebskranken Kindern ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Es ist zwar schon der 2. Jänner, aber es ist ein Weihnachtsgeschenk, weil wir das zu Weihnachten gemacht haben. Und zwar werden wir den krebskranken Kindern heute etwas spenden. Das sind nämlich die Spenden, die ihr uns beim 12 Stunden Stream gespendet habt. Wir möchten auf jeden Fall nochmal Danke sagen für die vielen Spenden, die im 12 Stunden Stream reinkommen sind. Insgesamt können wir 300 Euro spenden und das werden wir heute auf jeden Fall machen. Ja... Oder? Dann... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. aufschreiben und dann werde ich das Geld dafür abgeben. Achso, ok. Äh... Die paar sind schon da. So Leute, wir haben das Kuvert fertig gestaltet. Es sind jetzt alle Spender oben und hier in der Mitteltitel schon von der Lupe, du Armee. Und wirklich nochmal ganz großes Danke an euch, dass ihr so viel gespendet habt. Also ich würde echt stolz auf euch sein und somit haben wir den Kindern eine große Freude gemacht. Dann geben wir jetzt das Arbeit, wie gesagt. Und dann lassen wir die Sachen einfach hier mal liegen. Es muss aber ein Arzt in den Pfand nehmen und abgezählt. Haben Sie es? 300 Euro genau. Ja, klar. Ja, klar. Wie gesagt. So, das sind 250, 60, 70, 80, 90, 300 Euro. So Leute, das war's dann mit dem Video. Wir warten uns noch, ob die Sekretärin uns noch braucht. Ansonsten sind wir, glaube ich, hier heute fertig. Wir möchten uns nochmal bedanken für euer großes Herz und für eure Spenden. Und wir danken euch vielmals. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö